So, Coast Control, Speech, meh. Giant, meh. Aerial, meh. Daneben Coast Control. Crawler, ganz viele Crawler. Und Fortified mit Tanks. Dann, würd ich sagen, El Defensivo. El Defensivo. Wer sind die? Auch, ach, das ist... Das ist auch eine Kombi, die ich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ah, jetzt kann ich mir gar nicht zwei holen, ne? Kann ich mir gar nicht zwei holen, aber ich kann mir schon mal wenigstens mehr HP holen. Ey, im Gleichmarsch! Hier haben die sechsten ein bisschen langsam, aber das ist okay. Ziel ist erstmal die ganzen Crawler hier reinrennen zu lassen. Am besten. Okay, das funktioniert so weit und er tankt ja auch ganz gut. Ganz gut. So diese 16.000. Okay. Vielleicht bricht er noch eine Platte. So weit, so gut. Damage macht sich bemerkbar, ne? Soll ich erstmal gucken hier? Strike. Mass produced. Na ja, das will ich jetzt auch gar nicht. Ich nehme mal Strike just in case. Den wollen wir auf jeden Fall. So. Und hier aufholen. So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben 2.228. 4.000. Okay, dann zwei. Ich will erstmal gucken. Wie die Reise so hingeht. Weißt du, die kriegen wir? Die kriegen wir erst später, ne? Aber die splitten sich. Ich nehme die Tanks hier mal raus. Dann läuft schon mal auf der linken Seite. Er holt sich einfach Vögel. Aber gut, dass ich ihn nicht geholt habe jetzt. Oh, dass ich ein bisschen warten soll, ne? Hier. Muss ich mir merken. Gut, er holt sich die jetzt für die anstatt Raketen. Kann man machen. Das wird wohl nicht reichen für mich hier. Tja. Da taut wohl noch hin, oder? Okay. Ich meine, die sind ja auch tanky, ne? Da steht ja von denen so ein Schutzschwadron. Er wird sich doch auch hier hinstellen, oder? Ich mach's mal so. Weil... Linke Flanke war ja... Linke... Linke Flanke war ja auch ein Problem. So, und wenn jetzt noch mehr Vögel kommen, würde ich sagen, spiele ich einfach noch mehr von denen. Problem, dann kommen die einfach so in zwei rein. Hm, jetzt kann ich hier nichts mehr upgraden. Dann schnippen wir uns hin. Schaden kostet auch nicht, es kostet jetzt 200, ne? Okay, dann mal gucken. Ja, ich nehme den dicken hier, da habe ich jetzt natürlich nicht so viel Damage. Damage fehlt mir auf jeden Fall noch. Ja, wenn ich den hier hingestellt habe, dann wäre der nach da geflogen, das wäre es dann gewesen. Okay. Dann... Vielleicht... Vielleicht Skorpions. Raut wahrscheinlich jetzt noch einen raus, obwohl die ja nicht gegen Luft sind. Aber gegen Luft haben wir jetzt genug, oder? Müsste doch gehen. Ich habe hier noch Anti-Air drauf. Nee, nur Range. Ah, das habe ich wieder umgestellt, ne? Kann es eigentlich immer darauf gehen, wenn ich irgendwas umstelle, dann brauche ich es. Selbe Spielchen wie eben. Nur jetzt kommt der Big Boss halt, ne? Dem ist nicht zu spaßen. Okay. Ja, die Frage ist, was macht er jetzt? Er wird wahrscheinlich weiter drauf gehen, ne? Wer bin ich nochmal? Scheint. Nee, bin ich nicht. Wer zum Teufel... Ach, ich bin Coast Control. Easy. Ja, aber von denen könnte ich mir jetzt mehr holen, oder? 200 und dann 400. Oder 100 und 300. Machen wir es mal so. Wenn ich das jetzt wüsste. Vielleicht so. Aber was ich weiß, ist... Das hier. Ich glaube, das Spiel wird er herstellen. Und hier haben die sich ja gesammelt. Ja, auf jeden Fall den hier. Und ich denke, ich sollte jetzt auch Line und die Upgrades vergeben. Ja, auf jeden Fall noch einen Marksman holen. Kein Schild auf der Flanke. Schild einem, kein Schild, okay. Okay. Jam, 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 jam. Mm, 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 mm. Oh, ja. Okay. Die wüten schon mal. Hier holt sie sich auch. Schild hier auf jeden Fall gut. Range wär gut. Noch mehr kleinen Scheiß. Max-Mann müssen jetzt Shit machen hier. Es reicht nicht. Komm, 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 Alter. Oder einfach mal Tower Upgraden, ne? Komm. Bitte nicht. Habe ich das... Hat er das verdient? Der Engineer, hat er das verdient? Ich glaube ja nicht. Ich nehm' nix. Ich nehm' nix. Wenn der jetzt mit so einem Battleship hier kommt, ist auch scheiße, ne? Aber so ein Battleship ist für ihn auch scheiße. Ich komm schon wieder in diese Leihfalle irgendwie rein. Ach, Gott sei Dank, er macht's hinten. Wie schnell sind die? Zehn. Hoffentlich fährt er nicht zu schnell vor. Kann ich ihn noch mal ganz kurz versetzen, bitte? Okay, wie läuft's? Rechts wird's jetzt nicht so gut laufen, nehm' ich mal an. Okay, die kommen halt eher nach innen, das ist schon mal ganz gut. Die brauchen auf jeden Fall Range. Also die ballern schon gut mit rein, aber die brauchen Range. Mein Schaft kommt ein bisschen zu spät, ne? Ah, fies. Die machen das jetzt. Die machen das und jetzt krieg ich wieder richtig einen rein. Scheiße. Ja, den muss ich mal holen jetzt. Gerne hier. Gerne hier. So, und Range, hab ich gesagt. Und jetzt hab ich wieder keine Kohle mehr. Und hier noch Leute, die nebenher mitlaufen einfach. Like this. Und hier auf der linken Seite vielleicht nochmal den. Und der kam ganz gut. Ganz fies. Vielleicht auch nochmal ne, vielleicht muss ich auch nochmal ne fiese Flanke machen. Ich glaub ich kann jetzt ein bisschen was rausholen. Ich verballer schon richtig viel Shit an Gadgets, würde ich sagen. Vielleicht schafft die ja mein Problem. Da ist es das. Jetzt kommen die ja so nach und nach rein. Wenn die jetzt auch noch Range kriegen, ist das doch ganz cool eigentlich. Ja. Puh. Puh. Dann. Machen wir das hier, machen wir das doch hier mit einem DJ-N-UFO. Reichweite. Und ich muss jetzt auch Level vergeben. Aber ich brauche auch. Komm, erstmal die kleinen. Und die von hinten Shit machen. Ne, die müssen auch. Ich werde kriegen. Ich brauche mehr. Hoffentlich spielt der nicht. Hoffentlich spielt der niemals Feuer. Na. Hallo. Danke. Äh, jetzt haben wir hier... Fehlt der noch vielleicht? Ja, der fehlt noch. Wir haben ja wieder das Schild, was wir ausgeben können. Und ich versuche das jetzt hier mal auf beiden Seiten. Die hier nochmal schön weg zu zwiebeln. Dazu gleich jetzt. Defense. Und können wir hier... Ah, man Shit. Die Monster-Storm-Storm-Caller. Ja, die UFOs sind zu weit vorne. Die brauchen wir jetzt auch eine Range. Wenn ich das überleben sollte. Weil jetzt habe ich wieder mein Clear-Problem. Und das wird mich meine Runde kosten manchmal. Range hin oder her. GG. Okay. Schafft hier. Uh. Alles klar. Dann. Oder? War es das? Die UFOs. Und die UFOs hätte ich zu weit hinten... Hätte ich nicht zu weit vorne setzen können, sondern ein bisschen weiter hinten. Das wäre natürlich ein bisschen besser gewesen, glaube ich. Und... Ansonsten weiß ich es jetzt nicht. Ich müsste mir das eigentlich nochmal anschauen, ne? Okay. Dann bis zur nächsten Runde.